Alfred Dregger war ein deutscher Politiker der CDU. Er war von 1956 bis 1970 Oberbürgermeister von Fulda und von 1982 bis 1991 Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Leben Nach dem Besuch des Mariengymnasiums Well wurde Dregger 1939 zur Wehrmacht einberufen. 1940 wurde er Mitglied der NSDAP. Bis Kriegsende diente er als Soldat, zuletzt als Hauptmann und Bataillonskommandeur. Dregger begann 1946 ein Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in Tübingen und Marburg, welches er 1949 mit dem ersten juristischen Staatsexamen abschloss. 1953 absolvierte er die zweite juristische Staatsprüfung. Bereits 1950 war er mit einer Arbeit über das Thema Haftungsverhältnisse bei der Vorgesellschaft. Die Rechtswirkungen der FAG, GmbH, Genossenschaft und Verein vor ihrer Eintragung in Dreg, vorgenommenen Rechtshandlungen zum Dr. Juer, promoviert worden. Von 1954 bis 1956 war er als Referent tätig, zunächst beim Bundesverband der Deutschen Industrie und dann beim Deutschen Städtetag. Von 1970 bis 1983 war er Vorstandsmitglied bei der Überlandwerk Fulda AG. Dregger war Mitglied der CDU und von 1967 bis 1982 der Landesvorsitzende der CDU Hessen. Als solcher war er insgesamt viermal Spitzenkandidat seiner Partei. Es gelang ihm, den Stimmenanteil der CDU, der bei Amtsantritt 1967 nur 26,4 Prozent betragen hatte, in wenigen Jahren auf 47,5 Prozent zu steigern. Dennoch gelang es der CDU unter seinem Vorsitz weder gegen Albert Oswald noch gegen Holger Börner eine Regierungsmehrheit zu erlangen. 1969 wurde er außerdem Mitglied im Bundesvorstand und war von 1977 bis 1983 stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU. Dregger war prominenter Vertreter des nationalkonservativen Flügels der CDU. Nach einem Antrag der Jungen Union und Beschluss des Landesparteitages im Jahre 2007 trägt die Landesgeschäftsstelle der hessischen CDU in Wiesbaden. Seit dem 20. August 2010 den Namen Alfred Dregger Haus. Abgeordneter von 1962 bis 1972 war er Mitglied des Hessischen Landtages. Von 1972 bis 1998 war Alfred Dregger Mitglied des Deutschen Bundestages. Hier wurde er sofort Mitglied im Vorstand der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. 1976 wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden und nach der Wende in Bonn im Oktober 1982 als Nachfolger des zum Bundeskanzler gewählten. Bisherigen Amtsinhabers Helmut Kohl zum Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gewählt. Dieses Amt behielt er bis zum November 1991. Sein Nachfolger wurde der bisherige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble. Alfred Dregger war bei der Bundestagswahl 1972 noch über die Landesliste Hessen und danach stets als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises. Fulda in den Deutschen Bundestag eingezogen. Zuletzt erreichte er bei der Bundestagswahl 1994 55,1 Prozent der abgegebenen Erststimmen. Sein Büroleiter Günther Reichert wurde von 1992 bis 1998 Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Obwohl gesundheitlich schon sehr geschwächt, wollte Dregger 1998 noch einmal in den Bundestag einziehen, um als Alterspräsident die erste Sitzung zu eröffnen. Erst nach monatelangen innerparteilichen Querelen zog er seine Kandidatur zurück. Sein Nachfolger als Wahlkreisabgeordneter wurde Martin Hohmann. Von 1956 bis 1970 war Dregger Oberbürgermeister von Fulda. 1970 wurde er Ehrenbürger der Stadt Fulda. Alfred Dregger wurde in Münster als Sohn eines Verlagsdirektors geboren. Sein Vater, Alfred Dregger, geboren in Günther, war als Wehrmachtsoffizier vor dem Krieg beim Reichswehrersatzamt in Sos tätig. Seine Mutter Anna Dregger, Geb Sasse, stammte aus einer Westhörner Bauernfamilie. Seine Jugend verbrachte Alfred Dregger zeitweise im Haus seiner Eltern in Wehrlwesthörnen. Sein Bruder wird seit dem Zweiten Weltkrieg an der Ostfront vermisst. Alfred Dregger heiratete 1952 mit seiner Ehefrau Dagmar, eine Diplom-Volkswirtin. Hatte er drei Kinder, sein ältester Sohn Wolfgang starb 1972 bei einem Verkehrsunfall. Sein Sohn Burkhard ist Rechtsanwalt in Berlin, seit 2009 Mitglied des Landesvorstands der Berliner CDU und seit 2011 Mitglied des Abgeordnetenhauses. Positionen Alfred Dregger war in seiner Zeit als aktiver Politiker der prominenteste Vertreter des nationalkonservativen Flügels der CDU. Innerhalb der europäischen Gemeinschaften forderte er eine europäische Sicherheitsunion als starken europäischen Pfeiler der NATO. Die von ihm formulierte Sicherheitspolitik diente der Erhaltung des Friedens mit immer weniger Waffen. Schloss also gleichgewichtige Abrüstungspolitik ein. Insbesondere wandte er sich gegen atomare Sonderbedrohungen der Bundesrepublik Deutschland, weil Deutschland atomar nicht verteidigt, aber zerstört werden könne. Er drängte deshalb auf die Abrüstung sowohl der sowjetischen Mittelstreckenraketen wie auch auf den Verzicht Frankreichs auf die Kurzstreckensysteme. Hades und Pluton In den 1970er Jahren war Dregger ein vehementer Befürworter der Durchsetzung des radikalen Erlasses, andernfalls wäre nach seiner Auffassung ein Verbot der DKP geboten. Während des deutschen Herbstes 1977 hatte Dregger die Einrichtung eines Terroristenjagdkommandos gefordert, das freigestellt von bürokratischen Einwirkungen sein müsse. Dregger wurde häufig Uneinsichtigkeit und historische Ignoranz vorgeworfen, vor allem in Bezug auf die Rolle der Wehrmacht im Nationalsozialismus. Als Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag erklärte er, dass Hitlers Angriff auf die Sowjetunion nicht grundsätzlich falsch gewesen, allerdings bedauerlicherweise als Eroberungs- anstatt Befreiungskrieg konzipiert worden sei. Er setzte sich für die Freilassung deutscher Kriegsverbrecher wie Ferdinand Auster-Fünden und Franz Fischer ein. Die Wanderausstellung Die Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944 nannte er einen Angriff auf Deutschland. Dregger setzte sich für eine Normalisierung des Geschichtsbewusstseins in Deutschland ein. Dieses viel kritisierte Engagement zielt auf eine partielle Relativierung der nationalsozialistischen Verbrechen und einer Fokusverlagerung hinzu. Einer positiven nationalen Identität in Deutschland. Dementsprechend klagte Dregger einen elementaren Patriotismus ein gegenüber der seiner Ansicht nach vorherrschenden Geschichtslosigkeit und Rücksichtslosigkeit gegenüber der eigenen Nation in Deutschland. Sein Ziel war eine nationale Regeneration gegenüber der von ihm in der Form kritisierten Vergangenheitsbewältigung. Seine Suche nach identifikationsdrechtigen Aspekten des Zweiten Weltkrieges war dann auch die Ursache für seine Kritik an der Wanderausstellung, die Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, die den Mythos der sauberen Wehrmacht dessavouierte. Auszeichnungen 1977 Großes Bundesverdienstkreuz 1980 Großes Bundesverdienstkreuz mit Stern 1984 Großes Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterbind 1985 Großkreuz des Bundesverdienstkreuzes 1989 Schlesier Schild 1990 Konrad Adenauer Preis der Deutschlandstiftung Veröffentlichungen Freiheit in unserer Zeit Reden und Aufsätze Der Preis der Freiheit Sicherheitspolitik im geteilten Europa Der Vernunft eine Gasse Politik für Deutschland Reden und Aufsätze Einigkeit und Recht und Freiheit Beiträge zur Deutschen Europäischen Einheit Dilemma der Frontsoldaten Gegen die zynische Einseitigkeit der Nationalmasochisten In Junge Freiheit 95 Fünfzehntel Es Zweite Mein Blick nach vorn Die